Kurt Masur war ein deutscher Dirigent. Neben seinem musikalischen Wirken ist er auch für sein politisches Engagement insbesondere während der friedlichen Revolution in Leipzig bekannt. Leben Kurt Masur war der Sohn eines Elektroingenieurs, der ein Elektrofachgeschäft betrieb. Kurt Masur absolvierte eine Ausbildung zum Elektriker, zeitweise arbeitete er in der Firma seines Vaters. Er sagte von sich selbst, er habe viel Freude an praktischer Arbeit. Der Klavierunterricht seiner älteren Schwester weckte bei ihm das Interesse am Klavierspiel. Mit zehn Jahren bekam er Klavierunterricht von der zweiten Organistin der Brigakirche und er begann Orgel zu spielen. Ab 1942 war er zwei Jahre Schüler an der Landesmusikschule Breslau in den Fächern Klavier und Violoncello. Mit 16 Jahren bekam er die ärztliche Diagnose, dass der kleine Finger seiner rechten Hand nicht mehr streckbar sei. Was eine Karriere als Pianist ausschloss. So reifte der Entschluss, stattdessen zu dirigieren. 1944-45 wurde er zum Kriegsdienst bei den Fallschirmjägern eingezogen. Nach seiner Rückkehr studierte er von 1946 bis 1948 an der Leipziger Hochschule für Musik, Mendelssohn Akademie Klavier bei Siegfried Grundeis. Fritz Weizmann und Franz Langer, Komposition und Orchesterleitung bei Heinz Bongatz und Kurt Zoll Darn, brach das Studium jedoch ab. Später bezeichnete er sich deswegen als Amateur. Masur war bis 1966 in erster Ehe mit Brigitte Stütze verheiratet. Sie bekamen zusammen drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. 1971 heiratete er die Mutter der gemeinsamen Tochter Caroline, die Tänzerin Irmgard Elsa Kaul. Sie starb 1972 bei einem Autounfall, bei dem Masur am Steuer saß und der noch zwei weitere Todesopfer forderte. Die genauen Umstände des Unfalls blieben ungeklärt. In dritter Ehe war er seit 1975 mit der japanischen Bratschistin und Sopranistin Tomoko Sakurai verheiratet. Aus dieser Ehe stammt der Sohn Ken David, der Dirigent ist. Insgesamt hat Masur fünf Kinder. Am 10. Oktober 2012 wurde öffentlich bekannt gegeben, dass Kurt Masur bereits seit einigen Jahren an der Parkinson-Krankheit leide. Nach mehreren Stürzen trat Masur nur noch selten auf. Zuletzt dirigierte er im Rollstuhl sitzend. Am 19. Dezember 2015 starb Kurt Masur im Alter von 88 Jahren im amerikanischen Greenwich im Krankenhaus. Nach einem öffentlichen Trauergottesdienst mit dem Thomanachor und 28 Musikern des Gewandhausorchesters unter Leitung von Gotthold Schwarz In der Leipziger Thomaskirche wurde Masseursurne am 14. Januar 2016 im engsten Familienkreis auf dem Künstlerfeld des Leipziger Südfriedhofs beigesetzt. Am 16. April 2016 fand ein Gedenkkonzert im Gewandhaus statt. Wirken Kurt Masur prägte als Gewandhauskapellmeister fast 30 Jahre des Leipziger Musikleben. Nach seinem Studium war er von 1948 bis 1951 Solo-Repetitor und Kapellmeister am Landestheater Halle an der Saale. Nach der Tätigkeit als erster Kapellmeister an den städtischen Bühnen Erfurt und den städtischen Theatern Leipzig wurde er 1955 Dirigent der Dresdner Philharmonie Von 1958 bis 1960 war er musikalischer Oberleiter am mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und von 1960 bis 1964 an der Komischen Oper Berlin. Er gastierte 1964 bis 1967 in verschiedenen europäischen Ländern und in Brasilien. Von 1967 bis 1972 leitete er die Dresdner Philharmoniker als Chefdirigent. Von 1970 bis 1997 war Masur Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Er gab mit dem Gewandhausorchester über 900 Tourneekonzerte. In dieser Funktion setzte er den Neubau des neuen Gewandhauses für das Orchester durch. Das seit der Zerstörung im Krieg 1943 ohne eigene Spielstätte war. Von 1991 bis 2002 wirkte er zudem als Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker. Von 2000 bis 2007 war er Musikdirektor des London Philharmoniker Orchestra. Von 2002 bis 2008 oblag ihm auch die musikalische Leitung des Orchestre National de France in Paris. Seit 1997 war Kurt Masur Ehrendirigent des Gewandhausorchesters. Zudem war er seit 1992 Ehrengastdirigent beim Israel Philharmonik Orchestra sowie seit 1994 Ehrendirigent der Dresdner Philharmonie. Am 9. Oktober 1989, dem Tag der Leipziger Montagsdemonstrationen, gehörte Masur zu den sechs prominenten Leipzigern, die den Aufruf »Keine Gewalt« verfassten. Dieser Aufruf wurde während der Demonstration mehrfach über die Lautsprecher des Leipziger Stadtfunks verbreitet und trug maßgeblich zu deren friedlichem Verlauf bei. Am 27. Dezember 1989 wurde Masur erster Ehrenbürger der Stadt Leipzig nach dem Mauerfall. 2014 erhielt Masur für sein Engagement bei der friedlichen Revolution die goldene Henne in der Kategorie »Politik«. 1991 wurde unter Masurs Vorsitz die internationale Mendelssohn-Stiftung e. V. für den Erhalt und die Wiederherstellung des Leipziger Mendelssohn-Hauses gegründet, in der er sich bis zuletzt engagierte. 2007 wurde ihm der internationale Mendelssohn-Preis zu Leipzig verliehen und er war Präsident der Felix Mendelssohn-Bartoldi-Stiftung. Von 2004 bis 2013 leitete Kurt Masur als Vorstandsvorsitzender das Beethoven-Haus Bonn. Hier führte er 2006 die jährlichen Meisterkurse für Nachwuchskünstler ein. Schon früh wurden Masur-Errungen zuteil. Die DDR zeichnete ihn mit dem Leipziger Kunstpreis und dreimal mit dem Nationalpreis aus. Im Jahr 1975 wurde er zum Professor an der Leipziger Hochschule für Musik Felix Mendelssohn-Bartoldi ernannt. Im Jahr 1984 wurde ihm der Ehrendoktorgrad der Universität Leipzig verliehen. Am 26. Januar 1990 gehörte Masur zu den Gründern der Kulturstiftung Leipzig und wurde zu deren erstem Präsidenten gewählt. 1994 wurde er Vorstandsmitglied der Deutschen Nationalstiftung. Masur war Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste und der Akademie der Künste Berlin. 2003 wurde er zum Ehrenmitglied des Vereins Beethoven-Haus ernannt. Diskografie Masurs Arbeit umfasste ein reiches Repertoire. Zu seinen bekanntesten Aufnahmen zählen die Werke von Bruckner, D. Vorack, Liszt, Mendelssohn, Prokofjev und Tchaikovsky sowie die neuen Sinfonien von Beethoven. Letztere spielte er mit dem Gewandhausorchester mehrfach ein. Von Masur gibt es zudem Aufnahmen von Bach, Brahms, Britten, Bruch, C.H., Debussy, Maler, Shostakovich, Schubert, Schumann und Sibelius, aber auch von Gershon, dessen Werke er 1975 auf Schallplatte veröffentlichte. Zusammen mit Anna Rose Schmidt spielte er sämtliche Klavierkonzerte von Mozart ein, gemeinsam mit Emil Gielhels und dem staatlichen Sinfonieorchester. Der UDSSR die Klavierkonzerte Beethovens Sowohl mit Yehudi Menwin als auch mit Anne-Sophie Mutter nahm er das Violinkonzert von Brahms auf und begleitete Mutter auch bei Werken von Beethoven und Mendelssohn. Masur konzertierte ebenso mit Cyprien Katsaris, Helene Grimo und Helen Huang. Mussocks Gisbilder einer Ausstellung nahm er mehrfach in der weniger bekannten Orchestrierung von Sergej Gorchako auf. Unter der Leitung von Masur wurden auch die Opern Fidelio Ariadne auf Naxos und Genoveva von Robert Schumann aufgezeichnet. Für den deutschen Fernsehfunk wurde Walter Felsensteins Inszenierung von Giuseppe Fadisadello aufgezeichnet, bei der Masur die musikalische Leitung innehatte. Die zahlreichen Einspielungen Masseurs wurden hauptsächlich von Irtöne und Philips, aber auch von Teldek veröffentlicht. Die meisten der Aufnahmen sind auf CD erhältlich. Aufnahmen mit dem Orchestre National de France erschienen bei naive Records. Ausgewählte Aufnahmen Bach Violinkonzerte Carl Suskip Giorgio Kröner Gewandhausorchester 1979 Bach Matthäus Passion Edith Wiens Carolyn Watkinson Peter Schreier New Yorker Philharmoniker 1993 Beethoven Sinfoniennummer 1-9 Anna Tomová Sintau Annelies Bohrmeister Peter Schreier Theo Adam Gewandhausorchester 1975 Beethoven Beethoven Sinfoniennummer 1-9 Silvia M. Zeneier Gjart van N. E. S. Uwe Heilmann Bernd Weickel Gewandhausorchester 1990-1993 Beethoven Sinfoniennummer 1-3-9 Wilgit Rämmert Pavol Breslik Hannu Müller Brachmann Dresdner Philharmonie 2012 Beethoven Sinfoniennummer 2 U. Sechs Orchester National de France 2002 Beethoven Sinfoniennummer 9 D Moll U. P. 125 Edda Moser Rosemarie Lang Peter Schreier Theo Adam Gewandhausorchester 1981 Beethoven Sinfoniennummer 9 D Moll U. P. 125 Wencesla Waruba Freiberger Cornelia Wohlkopf Peter Schreier Bernd Weickel Gewandhausorchester 1990 Beethoven Klavierkonzerte 1-5 Emil Gielels Staatliches Sinfonieorchester der Judi SSR 1976 Beethoven Triple Konzert für Klavier Violine und Violoncello C. Dur P. 56 Christian Zacharias Ulf Holsche Heinrich Schiff Gewandhausorchester 1985 Beethoven Triple Konzert für Klavier Violine und Violoncello C. Dur P. 56 Boatstrio Gewandhausorchester 1992 Beethoven Triple Konzert für Klavier Violine und Violoncello C. Dur P. 56 Anne-Sophie Anne-Sophie Mutter New Yorker Philharmoniker 2002 Beethoven Fidelio Janine Altmaier Carola Nosek Theo Adam Siegfried Jerusalem Peter Meven Sigmund Nimsgern Rüdiger Wohlers Gewandhausorchester 1981 Brahms Sinfoniennummer 1 bis 4 Gewandhausorchester 1975 76 und 1991 Brahms Sinfoniennummer 1 bis 4 New Yorker Philharmoniker 1992 bis 96 Brahms Die ungarischen Tänzennummer 1 bis 21 Gewandhausorchester Leipzig 1983 Brahms Ein deutsches Requiem Sylvia M. C. Neier Hagan Hagerat The Westminster Symphonic Riot New Yorker Philharmoniker 1995 Brahms Klavierkonzert Nummer 2 B. Dur P. 83 Elisabeth Leons Gaia Gewandhausorchester 1994 Brahms Violinkonzert D. Dur P. 77 Yehudi Menwin Gewandhausorchester 1982 Brahms Violinkonzert D. Dur P. 77 Anne-Sophie Mutter New Yorker Philharmoniker 1997 Britten Varequiem Carol Vannes Jerry Hadley Thomas Hampson American Boy Choir Westminster Symphonic Riot New Yorker Philharmoniker 1998 Britten Varequiem Christine Bruehr Anthony Dean Griffey Gerald Finley Chor des London Philharmonik Orchestra London Philharmonik Orchestra 2006 Britten Varequiem Edith Wiens Nigel Robson Hakan Hagegert Prager Philharmonischer Chor Israel Philharmonik Orchestra 2011 Bruch Sinfonien Nr. 1-3 Gewandhausorchester 1984 88 Brugner Sinfonien Nr. 1-9 Gewandhausorchester 1974-78 Brugner Sinfonien Nr. 4 Der Rueh 7-7 New Yorker Philharmoniker 1991-94 Ducasse Der Zauberlehrling New Yorker Philharmoniker 1992 und Gewandhausorchester 2007-2 Devorak Sinfonien Nr. 8-2 9 New Yorker Philharmoniker 1994-92 Gershon Rhapsody in Blue Porgy and Bass Suite Ein Amerikaner in Paris Cuban Ophatur Siegfried Stöckicht Gewandhausorchester 1975-77 Janáček Glagolzka MSE Zdena Klubova Karen Kagel Pawel Breslik Gustav Beláček David Gode Prager Philharmonischer Chor London Philharmonik Orchestra 2004-te List Weimarer Sinfonische Dichtungen Gerhard Bosse Jörn Jakob Tim Karl Suskel Gewandhausorchester 1981-81 List Eine Faustsinfonie in drei Charakterbildern Gewandhausorchester 1981-81 List Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 und 2 Michel Berhoff Gewandhausorchester 1980-80 Maler Sinfonie Nr. 1 D-Dur New Yorker Philharmoniker 1993 Mendelssohn Die Jugendsinfonien Nr. 1 bis 12 Gewandhausorchester 1972 Mendelssohn Sinfonien Nr. 1 bis 5 Gewandhausorchester 1972 und 1994 Mendelssohn Die erste Walpurgisnacht op. 60 Annelies Burmeister Eberhard Büchner Siegfried Lorenz Siegfried Vogel Rundfunkchor Leipzig Gewandhausorchester Leipzig 1974 Mendelssohn Klavierkonzert Nr. 1 g Moll op. 25 und Nr. 2 D Moll op. 40 Cyprien Katsaris Gewandhausorchester 1988 Mendelssohn Klavierkonzert Nr. 1 g Moll op. 25 Wang Yuya Fabier Festival Orchester 2009 Mendelssohn Klavier 6 T-Dur op. 110 Kilitros of David Aaron Carpenter Maxim Rösanow Maxim Rösanow Solgabetta Leipzig Fabier Festival Orchester 2009 Mendelssohn Violinkonzert Nr. 1 g Moll op. 64 Thomas C. Meyer Gewandhausorchester 1985 Mendelssohn Violinkonzert Nr. 1 g Moll op. 64 Anne-Sophie Mutter Gewandhausorchester 2008 Mendelssohn Elias Alistair Meils Helen Donat Jad van Nes MDR Rundfunk Chor Leipzig Gewandhausorchester 1993 Mendelssohn Paulus Kundula Janowitz Rosemarie Lang Hans-Peter Blochwitz Theo Adam Gotthard Stier Hermann Christian Polster MDR Rundfunk Chor Leipzig Gewandhauskinderchor Gewandhausorchester 1986 Mozart Sämtliche Klavierkonzerte Anna Rose Schmidt Gewandhausorchester 1974-76 Mussocki Bilder einer Ausstellung London Philharmonic Orchestra 1990 und Gewandhausorchester 1993 Prokofiev Sinfonie Nr. 1 d Dur op. 25 Dresdner Philharmonie 1969 Prokofiev Prokofiev Sinfonie Nr. 5 in B Dur op. 100 New Yorker Philharmoniker 1997 Prokofiev Klavierkonzerte Nr. 1 bis 5 Michael Berhoff Gewandhausorchester 1974 Prokofiev Romeo und Julia Gewandhausorchester 1987 und New Yorker Philharmoniker 1997 Prokofiev Alexander Nevsky Gewandhausorchester 1991 Schostakovich Schostakovich Sinfonien Nr. 1 7 und 13 New Yorker Philharmoniker 2001-21994 Schostakovich Sinfonien Nr. 7 C-Dur op. 60 Orchestre National de France 2006. Schubert Sinfonien Nr. 3 8 U 9 New Yorker Philharmoniker 1998-1991 Schubert Sinfonien Nr. 8 H Moll London Philharmonik Orchestra 2004. Schubert Rosamunde Elie Ameling Rundfunk Chor Leipzig Gewandhausorchester 1983 Schubert Schubert Sinfonien Nr. 1 bis 4 Gewandhausorchester 1973 Schubert Sinfonien Nr. 1 bis 4 London Philharmonik Orchestra 1991 Schubert Klavierkonzert A Moll op. 54 Introduktion und Allegro Epassionato G du Europé 92 Konzert Allegro mit Introduktion dem Moll op. 134 Peter Rösel Gewandhausorchester Leipzig 1981 Schumann Genoveva Siegfried Lorenz Dietrich Fischer Diesgau Edda Moser Peter Schreier Gisela Schröter Rundfunk Chor Berlin Gewandhausorchester 1978 Strauss Eine Alpensinfonie Gewandhausorchester 1996 Strauss Vier letzte Lieder Jesje Enormen Gewandhausorchester 1982 Strauss Vier letzte Lieder Deborah Vogt New Yorker Philharmoniker 1999 Strauss Ariadne auf Naxos Ariadne auf Naxos Jesje Enormen Julia Varady Edita Gruberowa Paul Frey Olaf Bär Dietrich Fischer Diesgau Gewandhausorchester 1988 Tchaikovsky Sinfonien Nr. 1 bis 6 Gewandhausorchester 1987 Tchaikovsky Sinfonien Nr. 5 E Moll op. 64 Orchestre National de France 2002 Weil Die sieben Todsünden Angelinaro New Yorker Philharmoniker 1994 1994 Auszeichnungen 1961 Kunstpreis der DDR 1969 Nationalpreis der DDR 3 Klasse für Kunst und Literatur 1970 1971 Nationalpreis der DDR 3 Klasse für Kunst und Literatur 1971 Banner der Arbeit 1972 Martin Andersen Nexö Kunstpreis der Stadt Dresden 1972 Artonikisch Preis der Stadt Leipzig 1974 Ehrenmitglied des Orquestra Sinfonica Brasileira 1975 Johannes R. Bechermedaille 1978 Kunstpreis der Stadt Leipzig 1979 Kunstpreis der National Academy of Recording Arts and Sciences in Los Angeles 1980 Stern der Völkerfreundschaft in Silber 1981 Ehrenmitglied des Gewandhausorchesters 1981 Robert Schumann-Preis der Stadt Zwickau 1982 Nationalpreis der DDR 3 Klasse für Kunst und Literatur 1984 Ehrendoktorwürde der Karl-Marx-Universität Leipzig 1987 Ehrendoktorwürde der University of Michigan 1987 Ehrenmitglied der Komischen Oper Berlin 1989 Ehrensenator der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn-Bartoldy Leipzig 1989 Ehrenbürger der Stadt Leipzig 1990 Bambi 1990 Ritter der Ehrenlegion 1991 Hans-Martin Schleyer-Preis 1991 Ehrendoktorwürde des Cleveland Institute of Music 1991 Hermann Fons Kulturpreis der Deutschen Orchester 1992 Ehrengastdirigent auf Lebenszeit des Israel Philharmonic Orchestra 1992 Ehrendoktorwürde des Westminster Cryer College 1993 Musiker des Jahres des Musical America 1993 Ehrendoktorwürde der Hamilton University 1993 Ehrenmitglied der Oper Leipzig 1993 ESPAA International Award 1994 Ehrendoktorwürde der Manhattan School of Music 1994 Ehrendoktorwürde der Yale University 1994 Ehrendirigent der Dresdner Philharmonie 1995 Karnaturmedaille der Düsseldorfer Gesellschaft für Rechtsgeschichte 1995 Bundesverdienstkreuz 1995 Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 1996 Goldene Ehrenmedaille für Musik des National Arts Club New York 1996 Ehrenbürger der Stadt Brieg 1996 Ehrendirigent des Gewandhaus Orchesters 1997 New York City Cultural Ambassador 1997 Ehrendoktorwürde der Juilliard School 1997 Kommandeur der Ehrenlegion 1997 Ehrenpräsident der Kulturstiftung Leipzig 1998 Theodor Thomas Award der Conductors Guild Washington 1999 Kommandeur Ehrenkreuz der Polnischen Republik 1999 Deutscher Fernsehpreis 2001 Friedenssteinpreis der Goda Kulturstiftung 2002 Großes Verdienstkreuz mit Stern 2004 SAECULUM Glashütte Original Musikfestspielpreis 2004 Preis des Westfälischen Friedens 2004 Ehrendoktorwürde des Royal College of Music 2005 Wirtschafts- und Kommunikationspreis Heiße Kartoffel des Mitteldeutschen Presseclubs 2005 Goldmedaille der Stadt Tulaus 2006 Transatlantic Partnership Award der American Chamber of Commerce in Germany 2007 Ostdeutscher Medienpreis Goldene Henne 2007 Erster Preisträger des Internationalen Mendelsson Preises zu Leipzig für sein Lebenswerk und seinen Einsatz für den Bau des neuen Gewandhauses in Leipzig im Jahr 1981 sowie für sein Engagement bei den Montagsdemonstrationen im Jahr des Mauerfalls 1989 2007 Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterbänd 2007 Ehrenbürger der Stadt Breslau 2008 Sächsischer Dankorden im Rahmen des Semperopernballs am 18. Januar 2008 2008 Wilhelm-Furtwängler-Preis im Rahmen des Bonner Beethoven-Festes am 10. September 2008 2008 Kulturpreis der Stadt Herdecke für Toleranz, Menschlichkeit und Frieden 2010 Urania-Medaille des Bildungs- und Kulturzentrums Urania in Berlin am 23. April 2010 2010 2010 Leo Beck-Medaille in New York am 9. November 2010 2010 Echoklassik in der Kategorie Errung des Lebenswerks eines Künstlers 2010 2010 Ernennung zum Ehrensenator der Deutschen Nationalstiftung 2010 Aschaffenburger Mutig-Preis 2011 Adenauer-Degol-Preis 2012 Kulturpreis der Deutschen Freimaurer 2014 Sächsischer Verdienstorden 2014 Goldene Henne in der Kategorie Politik Interesse Presenter www. as